Yes, come on Church! Hey, es ist so schön, euch zu sehen. Ich weiß, ganz viele sind im Urlaub und ganz viele schauen aus dem Urlaub zu. Deswegen Online Church, ist es so schön, dass du eingeschaltet hast. Und dieser Applaus ist für euch. Es tut so gut, euch dabei zu haben. Und ich freue mich einfach darüber. Hey, letzte Woche hatten wir Sommerpause hier. Heute dürfen wir weitermachen und natürlich auch in den nächsten Wochen weiter Gottesdienste machen. Heute haben wir das Sommerfest hier im Anschluss. Ich kann euch sagen, es lohnt sich, es lohnt sich, dass du da bist. Und Marien wird es nachher nochmal genauer sagen. Nächste Woche Sonntag befinden wir uns wieder im Gottesdienst. Werden wir unseren Gottesdienst in der Artiseda in Limbach-Oberfrohner wieder feiern. Aber deswegen an der Stelle können wir dem Team aus der Messe, was das alles ermöglicht hat, wirklich, die uns Haus und Hof geöffnet haben, so großzügig zu uns sind, und Anja und ihr ganzes Team mal einen riesen Applaus geben und einfach mal Danke sagen. Yes. Eine andere Sache noch, bevor wir in die Predigt einsteigen, die mich mega excited macht in dieser Kirche, ist, dass wir ganz viele junge Menschen haben, die sich entscheiden, ihr Leben Jesus zu geben. Yes. Aber darüber hinaus auf Bibelschule gehen wollen, in den verschiedenen Sachen. Und wir haben aktuell zwei Personen, die das tun werden. Wir haben zum einen Rebecca, die nächsten Monat nach Bethel gehen wird. Und wir haben auch Leon, der im Wiedernest anfangen wird dieses Jahr. Und das, was ist, ist Yes, come on. Und wir lieben das, dass sie diese Schritte tun. Und das, was sie dafür brauchen, ist aber auch Unterstützung. Im Gebet und sowohl auch finanziell. Also wenn du es auf dem Herzen hast, zu sagen, hey, ich kann denen einen Betrag X geben über diese Zeit, sprich die beiden an. Du machst mit jeder Kleinigkeit einen Mega-Unterschied. Und wir freuen uns da mega drüber. Hey, wir sind in der neuen, oder in der neuen, ja, in der neuen Predigtreihe Death to Selfie. Wir befinden uns in der zweiten Predigt. Und Death to Selfie soll neulich bedeuten, dass du dein Instagram-Account löschen sollst. Oder wenn du kein Instagram hast, du jetzt denkst, oh, diese Predigt ist nicht für mich. Nein, dies meint, ich möchte dieses Selfie, dieses Foto von sich selber machen, dafür nutzen, um einen Konflikt zu erläutern, den Jakob hatte. Denn in dieser Reihe gehen wir gemeinsam auf die Reise mit Jakob. Aber den wir auch haben. Diesen Konflikt zwischen, wer wir sind und wer wir sein wollen. Wer wir wirklich sind oder die Version, die wir versuchen, von anderen kopieren zu sein. Wer wir sind versus wie andere uns wahrnehmen. Und wir wollen in dieser Predigtreihe lernen, loszulassen. Wir wollen lernen, uns auf Gott zu fokussieren und zu schauen, wer wir wirklich sind. Amen. Hey, letzte Woche haben wir uns angeschaut, dass Gott dich segnen möchte. Aber Gott möchte die Person segnen, die du wirklich bist und nicht die Person mit den ganzen Masken, die du hattest. Das haben wir uns vor zwei Wochen angeschaut. Wir hatten ja letzte Woche Pause gehabt. Und wir haben uns angeschaut, wie Gott mit Jakob geringt hat und erst als Jakob zugegeben hat, dass er der Fersengreifer ist, ein Betrüger ist, hat Gott ihn gesegnet. Hey, diese Woche wollen wir uns anschauen, bevor wir gleich Sommerfest feiern, wie Selbstsucht uns zu impulsiven Verhalten führen kann. Dass wir aus einem gefühlten Mangel, dass wir das Gefühl haben, wir haben zu wenig, ganz, ganz dumme und unweise Entscheidungen machen. Und dass wir auf einmal das wegwerfen, was uns eigentlich am wichtigsten ist. Und deswegen lass mich noch beten, Jesus Christus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir für jeden, der online eingeschaltet hat. Gott, ich bitte dich, dass du die Herzenheuer jetzt öffnest. Es soll nicht um mich gehen, es soll alleine um dich gehen. Nutz das gesprochene Wort, um deine Botschaft zu verkünden. In Jesu Namen. Amen. Und vielen Dank, Erik. Und lass uns Gott nochmal einen riesen Applaus geben. Yes. Ich möchte euch bitten, mir heute beim Predigen zu helfen. Denn Predigen ist kein Monolog, sondern ein Dialog. Was ich damit meine ist, genau das brauche ich. Denn ich habe heute Nacht nur zwei Stunden geschlafen, weil Malte bis drei wach war. Und mein Wecker um fünf Uhr ging, um heute hier predigen zu dürfen. Deswegen nimm es nicht für selbstverständlich, sondern lean vorwürdig. Nimm dir was zum Schreiben. Denn das Wort Gottes will verändern. Amen. Hey, wir wollen uns heute anschauen, die Geschichte von Jakob, wo er sich das Geburtsrecht von Esau erkauft. Ich werde das gleich nochmal genauer erklären. Aber lass uns zuerst in den Text einsteigen, in 1. Mose 25. Der Erste war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt wie ein Tierfell. Darum nannten sie ihn seine Eltern Esau, der Beharrter. Dann kam sein Bruder. Er hielt bei der Geburt Esau an der Ferse fest. Und so nannten sie ihn Jakob, den Fersenhalter. Esau war 60 Jahre, als die beiden geboren wurden. Die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein erfahrener Jäger, der gern im Freien umherstreifte. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, der lieber bei den Zelten blieb. Esau mochte Esau mehr als Jakob, weil er gern sein gebratenes Wild aß. Jakob war Rebekkas Lieblingssohn. Eines Tages, Jakob hatte gerade ein Linsengericht gekocht, kam Esau erschöpft von der Jagd nach Hause. Lass mich schnell etwas von der roten Mahlzeit da essen, ich bin ganz erschöpft, rief er. Darum bekam er auch den Beinamen Edom, roter. Nur wenn du mir dafür das Vorrecht überlässt, das dir als dem ältesten Sohn zusteht, forderte Jakob. Was nützt mir mein Vorrecht als ältester Sohn, wenn ich am Verhungern bin, rief Esau. Jakob ließ nicht locker, schwöre es, sagte er. Esau schwor es ihm, verkaufte damit sein Recht, den größten Teil des Erbes zu bekommen, an seinem jüngeren Bruder. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe, Esau schlang es hinunter, trank noch etwas und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. Wir werden uns gleich diese Stelle genauer anschauen, aber ich möchte dir sagen, das hier ist wahrscheinlich der schlechteste Deal, den du jemals in der Bibel siehst. Das Geburtsrecht zu dieser Zeit als Erstgeborener, hattest du als Geburtsrecht, bedeutete, dass du das meiste von dem Erbe bekommen hast. Also das Erbe wurde nicht zwischen den beiden Brüdern fair aufgeteilt, sondern Isaac hatte viel, also hätte Esau wirklich, wirklich viel bekommen. Aber dadurch, dass er sein Geburtsrecht weggegeben hat, bekam Esau gar nichts mehr. Du kannst dir das so vorstellen, wie, okay, ich brauche eure Hilfe, wer von euch fährt ein schönes Auto? Jetzt versteht mich nicht falsch, ich meine nicht, ob du das Auto schön findest, sondern ob andere das Auto schön finden würden. Ganz ehrlich, Frage, wer von euch fährt ein schönes Auto? Yes, yes, da hinten, okay, was, guck mal hier, was fährst du? Robin, nein, der Robin, Robin, was fährst denn du? Robin, Hausärter, was fährst denn du? Ein Fünfer-BMW. Robin, siehst du diesen Stift? Das ist ein wunderschöner, schwarzer, funktionierender Edding. Der ist wirklich gut. Würdest du deinen Fünfer-BMW gegen diesen Stift tauschen? Und das ist schade. Aber hey, dieser Deal, dieser Stift für das Auto, so war der Deal zwischen Esau und Jakob. Dieser Stift ist nichts wert, natürlich würde mir Robin kein Fünfer-BMW geben, du würdest mir nicht mal dein altes Handy dafür geben, du würdest mir wahrscheinlich gar nichts dafür geben, weil dieser Stift kaum was kostet und du ihn überall kaufen kannst, oder? So schlecht ist der Deal zwischen Jakob und Esau und wir müssen das verstehen, weil wir ansonsten nicht begreifen können, worum es hier eigentlich geht. Und es bringt mich zu meinem ersten Punkt heute, ich mache heute drei Punkte, du kannst während der Predigt mitschreiben und du solltest während der Predigt mitschreiben, denn Statistiken haben gezeigt, dass 80% der Leute, oder wenn du bei Predigen mitschreibst, 80% mehr Chance hast, im Himmel zu landen und Pastoren denken sich 100% von Statistiken aus, in Jesu Namen. Mein erster Punkt heute ist, Wachstum ist nicht gleich Erwachsen sein. Hey, nur weil wir groß sind, weil wir erwachsen sind, heißt es nicht, dass wir erwachsen uns benehmen, erwachsen handeln. Nur weil du ein Kind hast, heißt es nicht, dass du ein guter Elternteil bist. Nur weil du verheiratet bist, bedeutet es nicht, dass du eine gute Ehe lebst. Nur weil du ein Business hast, bedeutet es nicht, dass du ein guter Leiter bist. Nur weil du eine Ministry, einen Dienst hast, in Kirche bist, heißt es nicht, dass du geistlich erwachsen bist. Aber wir verwechseln oft dieses äußerliche Wachstum in unserem Leben darum, dass wir erwachsen sind. Wir lesen nochmal in 1. Mose 25, Esau wurde ein erfahrener Jäger, der gerne im Freien umherstreifte. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, der lieber bei den Zelten blieb. Esau ist ein begabter Jäger, der nie gelernt hat, seinen Appetit zu kontrollieren. Vielleicht bist du begabt im Geldmachen, aber du hast nie gelernt, es zu behalten. Vielleicht bist du begabt im Freudemachen, aber nicht im Freudebehalten. Vielleicht bist du begabt in Kreativität, in anderen Bereichen, aber du hast nie gelernt, zuverlässig zu sein, weil du ein schlechtes Zeitmanagement hast. Da hast du nie die Möglichkeit, das umzusetzen. Alter bedeutet nicht gleich Weisheit. Es bedeutet nur, weil du mature bist, weil du jetzt endlich ein eigenes Telefon hast, weil du eine eigene Wohnung hast, weil du Kinder hast, weil du Enkelkinder hast, bedeutet es nicht, dass du geistlich erwachsene Entscheidungen triffst. Und ich möchte dir sagen, du denkst vielleicht jetzt, okay, das waren zwei Jungs, die sich um das Erbe gestritten haben. Die Jungs waren in ihren 60ern gewesen. Die waren paar und 60, als diese Geschichte war. Jesus, Esau ist in seinen Skills gewachsen, aber er ist nicht in seinem Charakter gewachsen. Wir können gut sein, im Nachaußen wachsen, aber wir wachsen nicht innerlich weiter. Und plötzlich verwechseln wir dieses äußerliche Wachstum. Yes, du bist jetzt verheiratet, hast einen 5er BMW, hast einen eigenen Edding zu Hause, kannst dir eine eigene Linsensuppe kochen. Und plötzlich fühlen wir uns geistlich erwachsen. Und plötzlich sehen wir in dieser Geschichte zwei erwachsene Männer, die sich wie 5-Jährige benehmen. Gib mir das Geburtsrecht. Nein, du gibst mir erst die Linsensuppe. Nein, du zuerst. Nein, du zuerst. Du kannst in jeder Position, in jedem Einfluss sein, so gesegnet sein, wie du willst. Aber wenn wir nur nach außen wachsen und nicht nach innen, werden wir genau sie sein. Denn wir plötzlich benehmen uns genauso wie kleine Kinder, oder? Nee, Mathis. Die Person entschuldigt sich zuerst. Nee, 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 Mathis. Ich gehe auf die Person nicht mehr drauf zu. Nee, Mathis. Nee, nee, nee. Manche von euch sind heute hier in Kirche, die sagen, ich werde nie wieder in Kirche mitarbeiten. Ich werde nie wieder was geben. Wegen der Sache, die sie mir letztes Mal woanders gesagt haben. Das, was du sagst, ist, Mathis, er hat doch angefangen. Und plötzlich benehmen wir uns wie zwei Fünfjährige, aber wollen äußerlich so erwachsen und mature sein. Und ich will dir heute helfen, dass du Momente in deinem Leben reflektiert betrachten kannst, damit wir erkennen, dass wir auch innerlich wachsen müssen in diesem Bereich. Wir lesen weiter. Isaak mochte Esau mehr als Jakob, weil er gern sein gebratenes Wild aß. Jakob war Rebekkas Lieblingssohn. Isaak liebte Jakob. Nicht so sehr wie Esau. Warum? Warum liebte er Esau so sehr? Weil seine Liebe an der Performance gemessen war, die Esau hatte. Wir würden doch niemals, oder? Eine Person bevorzugen, weil sie meine Bedürfnisse besser erfüllt und dafür jemand anderen übersehen. Jemand anderen übersehen, den Sohn, den du akzeptieren solltest. Die Person, die du segnen solltest. Die Person, die Gott dir an die Seite stellst, damit du Jüngerschaft mit ihr lebst. Aber plötzlich drehen wir uns nur zu Menschen um, die uns segnen können, die uns was geben können. Rebekkas liebte Jakob am meisten. Warum? Weil er Muttersöhnchen war, was immer beim Zelt war und er wirklich gut kochen können muss, sonst hätte er nicht so eine Mega-Linsensuppe gemacht. Eines Tages, Jakob hatte gerade ein Linsengericht gekocht, kam Esau erschöpft von der Jagd nach Hause. Esau kommt erschöpft zu Jakob. Er ist ein begabter Jäger, hat nichts gefangen, aber jetzt ist er hungrig. Du musst verstehen, dass Esau hungrig und erschöpft in dieser Geschichte ist, denn du musst den Kontext verstehen, sonst wirst du nicht verstehen, was er tut. Denn wir wundern uns oft, was manche Menschen tun. Und du hast dich eben gewundert, warum manche so laut Amen brüllen, warum manche so laut Lob reißen, warum manche so on fire sind, weil du den Kontext nicht weißt, weil du nicht weißt, welche Kämpfe dahinter sind. Um zu verstehen, was jemand tut, müssen wir verstehen, was der Kontext ist. Der Kontext von Esau ist, dass er hungrig ist und dass er erschöpft ist, dass er müde ist, dass er frustriert ist, weil er nichts gefangen hat. Und dann hat er ein Gespräch mit Jakob. Darf ich dir sagen, du musst vorsichtig sein, mit wem du sprichst, wenn du müde bist, frustriert bist, hungrig bist. Und ich meine nicht Hunger im Sinne von Hunger, doch, das meine ich auch, aber auch einen geistlichen Hunger. Und ich weiß, was ihr alle denkt, yes, es gibt nachher lecker zu essen. Da brüllen sie alle, Amen. Umgib dich mit Menschen, denen etwas an dir liegt, besonders wenn du geistlich hungrig bist. Umgib dich mit Menschen, die dich wirklich stehen sehen wollen. Und ich glaube, Kirche ist ein hervorragender Ort dafür. Und deswegen glaube ich, dass jeder von euch in der C-Group sein sollte. Denn wir alle haben schwache Momente, oder? Sag mal ganz ehrlich, ich sag immer, wir sind Hot Church, Honest, Open, Transparent, ehrlich, offen und transparent. Wer von euch hat schwache Momente in seinem Leben? Online Church, gib uns ruhig ein Emoji. Yes, wir alle, oder? Und deswegen brauchen wir Menschen um uns herum, die uns in diesen schwachen Momenten unterstützen. Aber hier sehen wir ab Vers 30, lass mich schnell etwas von der roten Mahlzeit da essen. Ich bin ganz erschöpft, Riese. Darum bekam er auch den Beinamen Edom, roter. Aber nur, wenn du mir dafür das Vorrecht überlässt, das dir als dem ältesten Sohn zusteht, forderte Jakob. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Esau ist, wir haben es vor zwei Wochen drüber gesprochen, wir haben es vorhin gelesen, er ist mega behaart, er ist mega groß, er ist ein begabter Jäger, er sieht aus wie Chewbacca, klingt wahrscheinlich auch so. Er ist bewaffnet, er kommt gerade von der Jagd. Wir lesen, dass Jakob kleinschmächtig eher das Muttersöhnchen ist. Was ich nicht verstehe, ist, dass Jakob nicht einfach, Esau nicht einfach dahin kommt, dem Muttersöhnchen eins auf die Backe haut und die Suppe einfach nimmt. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, ein begabter Jäger, bewaffnet mit einer Knarre. Jakob hatte eine Kelle, das wäre kein fairer Kampf gewesen. Aber was du verstehen musst, ist, wenn du innerlich erschöpft bist, wenn du am Leerlaufen bist, wenn du müde bist, erschöpft bist, wenn du hungrig bist, wenn du frustriert bist, vergessen wir so schnell, wer wir sind, vergessen wir so schnell, welche Kraft uns Gott geben möchte, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist, dass Gott uns ausstattet, in Situationen hineinzugehen, um etwas zu verändern, aber wir fangen an zu glauben, dass jede Situation uns verändert. Und plötzlich nehmen wir jeden Deal an, nur um gefüllt zu werden. Und dann sagt Esau, was nützt mir mein Vorrecht als ältester Sohn, wenn ich am Verhungern bin, rief er. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Unbefriedigter Appetit führt zu übertriebenen Gefühlen. Wir müssen verstehen, in Esau war ein Tag jagen gewesen. Er hat ein Tag nichts gegessen. Er war sicherlich nicht am Verhungern. Und, sei mir mal ganz ehrlich, Esau, geh paar Schritte weiter, geh in die Küche, mach dir ein eigenes Brot, du bist 60 Jahre alt, du wirst sicherlich wissen, wo deine Mama das Brot versteckt hat, du wirst sicherlich die Butter finden, stell dich nicht so an. Aber, wegen diesem unfassbaren Hunger, wir müssen darauf achten, in unserem Leben, in deiner und meiner Seele, in unseren Emotionen, dass wir nicht so hungrig werden, wie Esau. Esau war hungrig, und deswegen hat er einen fatalen Fehler gemacht. Ich möchte dir sagen, ich möchte wirklich, dass du heute verstehst, du und ich müssen geistlich gefüttert sein. Du musst geistlich gefüttert sein. Denn ansonsten fangen wir an, uns mit den falschen Snacks zu füllen, die nicht gesund für dich und mich sind. Die nicht gut sind. Esau war zufrieden mit der ersten Option, weil er hungrig ist. So viele von uns sind zufrieden mit der allerersten Option, weil wir so hungrig sind. Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, es gibt keine Entschuldigung, geistlich nicht gefüllt zu sein. Du hast in deinem Handy, die ganze Bibel, jede Predigt dieser Welt, jeden Worship-Song dieser Welt zur Verfügung, 24 Stunden, jeden Tag der Woche. Es gibt keine Entschuldigung, dass du geistlich nicht gefüttert bist, aber wir entschuldigen das so schnell, weil wir immer wollen, dass jemand anderes uns geistlich füttert. Ich weiß, das klingt hart, aber ich möchte dir sagen, ich bin nicht verantwortlich für deine Beziehung zu Jesus. Wir sind als Kirche nicht verantwortlich, dass du wächst. Wir wollen dir alles an die Hand geben, dafür, dass du wächst. Aber es braucht deine und meine Initiative, im Wort Gottes zu sein, Predigen uns anzuhören, Worship zu machen, um geistlich gefüttert zu sein. Und du wirst relativ schlecht durch eine Woche gehen. Wenn du gleich rausgehst und eine Currywurst mit Pommes isst, in Jesu Namen, die gibt es heute. Amen. Wenn du das tust und für die restliche Woche nichts isst, aber viele von euch leben so ihr geistliches Leben. Du kommst sonntags hierhin, tankst auf, aber du isst nichts mehr in der restlichen Woche. Wir können durch eine Woche gehen, aber kein Essen dabei haben und werden hungrig. Und plötzlich sind wir deswegen sauer auf Leute, die uns da eigentlich lieben, aber plötzlich können sie uns nicht das geben, was für einen Hunger wir haben, weil die Dinge uns Gott nur geben kann. Plötzlich fühlen wir uns so einsam, weil wir unbedingt geliebt werden wollen und du hast es, weil du nicht an Gott bist, bekommst du es nicht von Gott, also suchst du es von anderen. Also bist du auf einmal im Club, du bist auf Tinder, du machst die wildesten Sachen, du klickst schnell auf eine Webseite, du hast schnell eine Flasche offen, du triffst schnell schlechte Entscheidungen, um dich mit etwas zu füllen und Fastfood ist immer schnell, ist immer günstig, aber es macht nie satt. Wenn wir zu hungrig sind, vergessen wir, welche Kraft wir haben, wie Esau. Aber auch wenn wir zu hungrig sind, bekommen wir ein schlechtes Bild von uns selbst. Manche von euch sind so hungrig und haben plötzlich so ein schlechtes Bild. Was ist mein Erbe schon wert? Was bin ich schon wert? Was nützt mir mein Geburtsrecht, mein Vorrecht als Sohn, mein Vorrecht als Tochter, wenn ich doch am Verhungern bin? Wenn du hungrig genug bist, ist jede Linsensuppe gut. Alles riecht gut, selbst wenn du es nie anfassen würdest. Amen. Am Anfang des Jahres haben wir eine Woche gefastet als Kirche, um uns gemeinsam auf dieses Jahr vorzubereiten. Und gebetet. Wir haben jeden Abend gemeinsam einen Gottesdienst gefeiert, damals auch online. Und haben als Gesamtkirche gefastet. Und ich weiß nicht, wenn du mit gefastet hast, wirst du dir auch so gegangen ist. Kennst du das, obwohl du fastest, dass du aber so typischerweise so zwei, dreimal am Tag trotzdem den Kühlschrank aufgemacht hast? Nur um das übrigens klarzustellen. Bei unserer Familie war das so, meine zwei ältesten Kinder haben nicht gefastet. Kinder, meine Frau war schwanger, hat nicht gefastet. Ich bin der Einzige, der gefastet hat. Und die haben mich gezwungen, bei jeder Mahlzeit mit am Tisch zu sitzen, weil Gemeinschaft ja so wichtig war. Aber kennst du, dass du fastest, aber du öffnest trotzdem zweimal am Tag den Kühlschrank, nur um mal zu checken, was drin ist? Nur um zu gucken, was die Optionen wären. Eines Abends, es war so eine letzten Tage der Fastenwoche, ich mache den Kühlschrank auf und sehe auf einmal den Brokkoli. Und du denkst, weil du hungrig genug bist, denkst du so, diese leckere Brokkoli, siehst du lecker. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du hungrig genug bist, fängst du auf einmal an, Sehnsucht nach einem Brokkoli zu haben. Plötzlich haben wir das Gefühl, dass wir es brauchen, weil wir sonst verhungern. Herr Mattes, ich werde eh nie heiraten. Mattes, ich werde nie erfolgreich sein. Mattes, ich werde nie diese Möglichkeit haben. Mattes, ich werde nie im Dienst stehen können. Ich werde nie einen Unterschied machen können. Mattes, ich bin nicht gut genug, deswegen nehme ich die Linsen, die mir sofort präsentiert werden. Und die plötzliche Notwendigkeit, dass ich es jetzt brauche, fühlt sich so stark an, dass ich eher dafür sterben würde, als es jetzt nicht zu bekommen. Hey, wenn dein Teller leer ist und du hungrig bist, lässt du es mit allen füttern, oder? Und das Einzige, was es gebraucht hätte in dieser Geschichte, wäre ein Freund gewesen. Ein Freund von Esau, der zu ihm gekommen wäre und gesagt hat, Esau, Bro, hau Jakob eins auf die Nase, lass uns in die Küche gehen. Die Mama war vorhin beim Bäcker gewesen, ich schmier dir eine Bämme. Das wäre das, was es gebraucht hätte, oder? Lass mich heute dein Freund sein. Verschwende dein Geburtsrecht, dein Vorrecht, was Gott dir gibt, nicht für ein paar Linsen. Es ist es nicht wert. Wir lesen weiter, Jakob ließ nicht locker. Schwöre er, sagte er, Esau schwor es ihm und verkaufte damit sein Recht, den größten Teil des Erbes zu bekommen, an seinen jüngeren Bruder. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe. Esau schlang es hinunter, trank noch etwas, ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Geburtsrecht. Das war es. Es gab keine Kerzen, es gab keinen leckeren Rotwein, es gab keinen gedeckten Tisch. Er schlang die Linsen runter, ist, steht auf und geht. So gleichgültig war ihm sein Geburtsrecht. Das bringt mich zu meinem letzten Punkt, meinem dritten Punkt, dass wir aufgeben, was wir am meisten möchten. Die Dinge, die wir eigentlich wirklich möchten, das Erbe, die Berufung für das, was wir jetzt unbedingt brauchen, was wir jetzt unbedingt wollen. Uns passiert das Gleiche wie Esau. Wir geben etwas auf, was wir eigentlich wirklich wollen, für etwas, was wir jetzt unbedingt haben müssen. Emma, das ist natürlich, möchte ich immer eine glückliche Ehe haben. Natürlich möchte ich immer meiner Frau treu sein, bei meinen Kindern sein, aber meine neue Arbeitskollegin ist so sexy. Hey Mattes, natürlich möchte ich im Dienst sein, natürlich möchte ich mit dabei sein, natürlich möchte ich einen Unterschied machen, aber der Lifestyle, den ich jetzt lebe, ist so viel besser. Hey Mattes, eigentlich möchte ich mein Abi machen, eigentlich möchte ich studieren, eigentlich möchte ich mit dabei sein, aber ich will jetzt unbedingt alleine wohnen, unbedingt mein eigenes Geld haben. Mattes, eigentlich möchte ich bis auf die Ehe warten, aber ich möchte es so gern jetzt schon haben und ich habe Angst, es zu verlieren. Ich habe Angst, ihn zu verlieren. Mattes, eigentlich möchte ich Wachstum, ich möchte im Haus Gottes verankert sein, ich will mich aber nicht ändern. Ich will keine geistliche Leiterschaft in meinem Leben, ich will nicht mich verändern müssen, sondern will mich einfach nicht, will mich einfach um mich selbst drehen. Und plötzlich tauschen wir Linsen für Geburtsrechte ein, oder? Was ich eigentlich wirklich möchte, wozu Gott nicht beruft, was Gott dir geben möchte, tausche ich für andere Dinge ein, für die Dinge, die ich jetzt will. Und du denkst vielleicht, ich hab doch kein Geburtsrecht. Ich hab kein Erbe, was hab ich denn? Doch hast du. Lass uns in 1. Petrus schauen. Gebriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind vom Neuen geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Durch Jesus hast du ein makelloses Erbe. Amen. Du hast ein geistliches Erbe als Kind Gottes. Wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast, bedeutet es, dass du etwas hast, ein Erbe, was dir gehört, ein Erbe, was länger steht. Wenn du Gott nicht, Jesus nicht angenommen hast, solltest du ihn annehmen, damit du dieses Erbe hast. Gott hat Dinge für dich, er hat Segen für dich, Verheißungen für dich, Bestimmungen für dich, er hat ein Erbe für dich, du hast ein Geburtsrecht. Und der Teufel kann dir dieses Erbe nicht einfach wegnehmen. Aber zu dieser Zeit war es, und das sehen wir bei diesen Jungs, die hatten, du konntest mit dem Geburtsrecht drei Dinge tun. Das Erste ist, du konntest dein Erbe, dein Geburtsrecht verdoppeln lassen. Der doppelte Segen, das ist, was wir alle wollen, oder? Amen. Die zweite Sache ist, du konntest es weggeben. Oder du konntest es einfach übertragen. Jemand anderes komplett hingeben. Du gibst so schnell, geben wir ständig unser Recht auf das Erbe weg. Gott hat dir Frieden gegeben. Jesus sagt dir in Johannes 14, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht ermutigen. Du hast das Erbe, das Geburtsrecht, Frieden in deinem Leben zu haben. Der Frieden im Sturm zu sein, Frieden im Angriff zu sein, Frieden in den Schwierigkeiten zu sein. Aber dann lässt du dir ein paar Frühstückslinsen mit Sorgen geben, die unseren Glauben erschüttern. Für manche von uns reicht es, dass eine Krise passiert. Für andere reicht es, dass Corona ausbricht. Für andere reicht es, dass dir was Falsches gesagt wird. Für andere reicht es, dass Dinge, für die du so lange gebetet hast, nicht passieren, dass wir auf einmal diese Linsen annehmen und vergessen, dass wir einen Frieden haben, der ankert in Jesus ist. Gott hat dir Freude gegeben. in 1. Petrus 1, Vers 8. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Da erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Wir dürfen durch Jesus eine jubelnde, ermutigende, alles verändernde Freude haben. Und soll ich dir... Yes! Aber soll ich hier was sagen, wie viele von euch aussehen, obwohl du den Namen Jesus kennst? Warum gibst du dein Erbe, dass du eine Freude hast, die alles verändern kann? Eine Freude, dass es heißt, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Sofort auf, weil es nicht in deiner Komfortzone ist, also nimmst du die Linsen. Weil es du dir jetzt nicht vorstellen kannst, also nimmst du die Linsen. Weil es nicht zu deinem Typ passt, also nimmst du die Linsen. Weil du sagst, Matthias, du weißt nicht, was in meinem Leben vorkommt. Yes! Aber wenn du nicht anfängst, die Freude am Herrn zu leben, wirst du auch nie erfahren, was es bedeutet. Wusstet ihr, dass die Dinge, die Gott für dich bereit haben, Segen, die Gott für dich hat, was mit deiner Körperhaltung, mit deiner geistlichen Haltung zu tun hat? Und für eine bittere, neidische, zornige, verzweifelte, selbstsüchtige Linsensuppe geben wir jede Freude her. Du hast ein geistliches Erbe, denn Gott hat dir ein Zeugnis gegeben. Jesus sagt in der Bergpredigt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Darf ich dir eine sehr herausfordernde Frage stellen? Wann hast du das letzte Mal geleuchtet? Wann hast du das letzte Mal vor jemandem geleuchtet? Und verstehe mich nicht falsch, ich meine nicht deinen Ehepartner. Ich meine nicht die Freude, die du hast. Wann hast du das letzte Mal geleuchtet? Vielleicht für Menschen, die du nicht kennst. Vielleicht für Menschen, die du nicht leiden kannst. Damit sie deine Werke sehen und damit sie anfangen, weil sie dich sehen, Gott, den Vater im Himmel zu preisen. Denn viel schlimmer ist, dass viele von uns so oft Linsensuppen verteilen, obwohl wir eine Freude zu verteilen haben, eine Liebe zu verteilen haben, einen Segen zu verteilen haben. Ich habe heute Morgen in unserem Team-Meeting, ich werde das jetzt einfach mal aufbauen, Cedric, ich brauche mal meinen Staffelstab. Das ist zwar jetzt nicht, oder Markus. Ich möchte dir das erklären, was ich damit meine. Und zwar, guck mal, da liegt er schon. Ich bin davon überzeugt, das ist nicht im Skript zu, mit Starline. Wir glauben auf Liebe, ist ein Gefühl. Unsere guten Taten, die wir tun, sind, hey, ich bete für Menschen. Was soll ich dir sagen, was Liebe ist? Liebe ist ein Staffelstab. Ich weiß, das ist kein wirklicher Staffelstab, aber das Team hat sich wirklich Mühe gemacht, um das auszusehen. Lass uns anders anfangen. Das hier ist ein echter olympischer Staffelstab und weil du noch nie einen in der Hand hattest, kannst du eh nicht beurteilen, ob das stimmt oder nicht. Amen. Was ich dir sagen möchte, ist das. Liebe ist ein Stab, der weitergegeben werden muss. Denn das ist, was wir so oft tun, unsere Werke sollen leuchten. Aber Mathis, ich möchte nur zu den Leuchten leuchten, die ich mir aussuche. Und dann, statt dass wir diese Liebe bedingungslos weitergeben, diese Liebe, die wir von Jesus erhalten haben, wo vorher am Kreuz gestorben ist, sagen wir, nee, ich gebe sie nur den Menschen, die mir passen. Die Menschen, die ich wirklich mag. Die Menschen, mit denen ich in der C-Group sein möchte, weil es gibt manche, mit denen möchte ich nicht in der C-Group sein, also halte ich das zurück. Aber so funktioniert das nicht. In einem Staffelstabrennen, wenn das so heißt, muss der Stab weitergegeben werden. Ja. Aber der Punkt ist der, der Läufer läuft und auf einmal steht der Nächste bereit. Er kann auf einmal nicht einfach im Rennen stehen bleiben und sagen, nö, dem mag ich nicht. Dem gebe ich das nicht. Oder er kann nicht einfach sagen, dem gebe ich es nicht, also renne ich an ihm vorbei, ich mache das lieber alleine. Soll ich etwas sagen, was passiert in einem Rennen, wenn du den Stab nicht weitergibst oder wenn du alleine damit weiterläufst oder wenn du ihn fallen lässt? Du bist disqualifiziert. Aber das ganze Team auch. Viele von euch wundern sich, warum Kirche manchmal so uneffektiv ist. Warum unser christliches Leben keinen Unterschied macht. Warum wir nicht das Salz und Licht dieser Welt wirklich sein können. Es liegt daran, weil wir zu viele Christen haben, die diesen Stab festhalten, den sie vom Kreuz bekommen haben, aber jetzt nicht weitergeben wollen, weil die Person mag ich nicht. Weil ich es nur zu denen tun will. Aber das meinte Jesus nicht, als er sagt, liebe deinen Nächsten. Das meint nicht Paulus, wenn er beschreibt, dass diese Liebe niemals aufführt. Dass diese Liebe über allem steht. 1. Korinther 13. Diese Liebe ist langmütig. Diese Liebe kennt keinen Neid. Diese Liebe gibt alles. Sie hört nicht auf. Immer glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Wann hast du das letzte Mal geleuchtet? Wann hast du das letzte Mal Liebe verteilt? Denn Gott gibt dir eine Erbe, dass du ein Zeugnis hast. Aber permanent arbeiten Dinge daran, dieses Zeugnis dir zu nehmen, eine andere Linsensuppe dir zu geben. In meinem Leben, ich möchte ganz ehrlich zu euch sein, vielleicht glaubst du das nicht, aber bei mir ist es Insecurity, dass ich mich oft unsicher fühle. Du hast keine Ahnung, welche Entscheidung getroffen werden müssen, wenn du eine Kirche leitest. Hatte ich auch nicht. Sonst hätte ich es mir vielleicht anders überlegt. Und du hoffst und du betest, Gott, es ist richtig. Du hoffst und betest, Gott, bin ich gut genug dafür? Das ist da, wo ich oft zweifle. Ich bin Mensch, kein Superzweifel. Dann stehe ich auf meine Knie und sage, Gott, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Zeugnis zu teilen habe. Und auf einmal schlucke ich diese Linsen, anstatt zu verstehen, dass es nicht darum geht, ob ich gut genug bin, sondern ich habe jemanden, der mich gut macht. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern ich habe jemanden an meiner Seite, der die Unperfekten nimmt, um eine perfekte Geschichte zu schreiben, dass es nicht in meiner Kraft ist, sondern dass die Freude am Herr meine Stärke ist. Yes, lass uns Gott einen Applaus geben, wenn du das Gleiche glaubst. Aber jeden Tag gibt es Gerichte, für die wir unsere Frieden, unsere Freude, unsere Taten einfach austauschen, eintauschen, Linsen nehmen. Dieses Erbe ist nicht immer sichtbar. Das verstehe ich. Denn du denkst, jetzt mal, das ist was für ein Erbe. Ich weiß nicht, aber da habe ich schon ein Erbe. Ich habe auch alles in meinem Bankkonto gecheckt, da war nichts drauf. Deswegen hat sagt Paulus eine zweite Korinther 4. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zur Zeit so sichtbar betränkt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare wird vergehen, doch das Sichtbare, das Unsichtbare bleibt ewig. Wenn du in Hebräer 11, wenn du die Bibel kennst, Hebräer 11, Hebräer Brief 11, ich sag mal so, die Hall of Fame, der Bibel, ist der Ort, wo die Helden des Glaubens beschrieben werden. Ganze Latte durch. Aber dann kommt Kapitel 12. Und plötzlich lesen wir im Kapitel 12. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde mit Leidenschaft gezogen. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so gering schätzend umgeht wie Esau, der sein Geburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkauft. In anderen Übersetzungen wird Esaus Verhalten gottlos genannt. Vor zwei Wochen haben wir uns angeschaut, am Ende der Predigt, dass nachdem Jakob den neuen Namen Israel bekommen hat, dass Mose hunderte von Jahren später an einem brennenden Busch steht und Gott fragt in diesem Busch, hey, wie soll ich dich vorstellen? Und Gott sagt, hey, nenn mich, nenn mich, sag eben, dass ich der Gott deiner Vorväter bin, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakob. Es hätte aber heißen müssen, ich bin der Gott Abraham, Isaaks und Esau gewesen. Es war nur eine Mahlzeit. Wir lesen weiter, ihr wisst, wie es ihm später ging. Als er den Segen bekommen wollte, den er im erstgeborenen Zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehen rückgängig zu machen. So sehr, er sich auch unter Tränen darum bemüht. Ich möchte dir sagen, der Schreiber des Hebräer Priests versucht, dich zu warnen hier. Tausch nicht dein geistliches Erbe gegen irgendwelche Linsensuppen ein. Es könnte Konsequenzen haben. Denn wie schnell, seien wir ganz ehrlich, wie schnell gehen wir Geringschätzen mit heiligen Dingen zu? Wie schnell gehen wir Geringschätzen mit der Ehe zu, diesem heiligen Bund, den wir getroffen haben? Wie Geringschätzen gehen wir mit unserer Sexualität um, obwohl Gott sagt, dass es sowas Heiliges ist? Wie Geringschätzen gehen wir um, dass wir Kinder haben, Enkelkinder haben, wo wir ein geistliches Erbe weitergeben dürfen? Aber wir gehen Geringschätzen damit um. Wie Geringschätzen gehen wir mit den Berufungen, mit den Bestimmungen, mit den Dingen, die Gott für dich hat, um, weil wir jetzt einen anderen Leister geben. Und wie Geringschätzen gehen wir mit den Gaben, Finanzen, die Dinge, die Gott uns gibt, damit wir sie teilen können, großzügig sein können, um, und wir was anderes wollen. Wir könnten jetzt aufhören und sagen, hey, lasst euch keine falsche Suppe einprocken, schönen Sonntag. Aber lasst mich am Ende wirklich das Wichtigste mit euch teilen. Wir sehen hier zwei hungernde Söhne. Der eine ist so hungrig, Jakob, nach Segen, danach gesegnet zu werden. Der andere ist hungrig, nach Linsen. Aber es gibt noch eine andere Story in der Bibel mit zwei Söhnen. Aus Lukas 15, die Geschichte des verlorenen Sohns. Der verlorene Sohn wollte Segen haben. Also bat er seinen Vater um sein Erbe. Er zahlte ihm das Erbe aus. Der verlorene Sohn zog damit weg. Er hat alles durchgeprasst. Die Zeit seines Lebens gehabt. Hat gefeiert und getobt. Als er Freunde brauchte, war keiner mehr da, weil er alles weggegeben hat. Er hat sein Erbe verschwendet. Und das, was dann passiert ist, die Bibel sagt uns, dass er so hungrig war, dass er nichts hatte, dass er am Schweinetrog mit den Schweinen gegessen hat. Ich weiß, das ist eine eklige Vorstellung für dich, aber du musst verstehen, in der jüdischen Kultur gibt es nichts Unreineres als Schweine. Es ist das Niedrigste des Niedrigsten. Er ist zum Schweinejungen geworden und friss aus dem gleichen Trog wie die Schweine. Und als er da kniet, sagt die Bibel, und er kam zur Besinnung. Er kam zur Besinnung, weil er plötzlich erkannte, wer er nicht mehr ist, dass er nicht mehr der Sohn seines Vaters ist. Er kam zur Besinnung und merkte, dass er all sein Erbe durchgeprasst hat und es ihm jetzt nichts mehr nimmt. Er kam zur Besinnung und darum soll es in dieser Reihe gehen, dass wir zur Besinnung kommen, zu uns selbst kommen, um Gott zu begegnen. Und dann kommt er nach Hause. Ihr kennt die Geschichte. Er ist auf dem Weg nach Hause und er ist am Überlegen, wie werde ich meinem Vater begegnen, wie werde ich dem Dorf begegnen, wie werde ich meinem älteren Bruder begegnen. Und er geht und plötzlich sieht er, am Horizont sieht er seinen Vater zu ihm zurennen, was ein No-Go in dieser Kultur war. Du hast als älterer Mann nicht gerannt. Es heißt, dass ihr sein Gewand gehoben habt, um seine nackten Beine zu zeigen, damit ihr schneller rennen könnt. War ein No-Go zu dieser Zeit. Du hast keine nackten Beine gezeigt. Die Regel war, dass ältere Herrschaften, die was von sich halten, langsam gehen und die nackigen Waden bedeckt halten. Aber soll ich dir was sagen? Gott ist nicht so sehr an Regeln interessiert, wenn ein Kind nach Hause kommt. Also geht Gott zu ihm, holt hin und der Sohn sagt, ich habe alles verschwendet. Lass mich einer deiner Diener sein. Ich will für dich arbeiten. Ich kann im Bedienstetenhaufen pennen, Hauptsache ich kann was essen. Vielleicht darf ich ja einen Pferdetrog mitessen und muss nicht mehr bei den Schweinen sein. Und der Vater sagt, spinnst du? Und gibt ihm drei Geschenke. Er gibt ihn im Ring. Der Ring steht dafür, dass er der Herr der Finanzen ist, weil es der Siegelring ist. Der, der eben noch alle Finanzen durchgebracht hat. Der Vater gibt ihm Sandalen, was dafür steht, in der jüdischen Kultur, was bedeutet Sohnschaft. Und er gibt ihm das Gewand, was bedeutet, dass du unfassbar viel wertest. Und dann macht er eine Party. Aber Gott, was ist mit Esau? Warum kommt der verlorene Sohn nach Hause und bekommt alles zurück? Sogar noch mehr. Aber Gott, was ist mit Esau, von dem es heißt, dass er unter Tränen gebetet hat und er nichts bekommt? Denn Gott, ich bin so oft wie Esau. Denn ich bin so oft, dass ich in Wut was Falsches sage, anstatt erbauend zu sein. Denn schon so oft habe ich Linsen gewählt, obwohl Gott was anderes für mich versprochen hatte. Statt an die Versprechen festzuhalten, habe ich mich gesohlt. Statt in die Tür zu gehen, die Gott nicht beruft, bin ich woanders hingegangen, weil es einfach mit ist. Gott, was ist mit mir? Wo ist der Unterschied? Denn ich bin so oft wie Esau. Ich tausche so oft Dinge ein für ein paar billige, schnell befriedigten, nicht sattmachende Linsen. Der Unterschied ist, der verlorene Sohn ist nicht der Erstgeborene. Du musst verstehen, du und ich sind nicht die Erstgeborenen. Du hast kein Erstgeborenes Recht. Der jüngere Sohn hatte kein Erstgeborenes Recht. Denn du und ich haben einen anderen Erstgeborenen. Römer 8. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Jesus ist der Erstgeborene. Er hat das Geburtsrecht, nicht du, nicht ich. Und Jesus hat sein Erbe nicht eingetauscht, als er damals 40 Tage in der Wüste am Fasten war. Als der Teufel zu ihm kam und sagte, hey, mach den Stein zum Brot. Der Teufel hat gesagt, ich brauche, der Gott hat dem Teufel gesagt, ich brauche die Steine nicht zum Brot machen, denn ich bin das Brot des Lebens. Du musst nie eine schlechte Linsensuppe wählen, wenn du verstehst, dass Gott, Jesus, das Brot des Lebens ist. Jesus ist der Erstgeborene und das Erstgeborene Recht kann übertragen werden, weggegeben werden, verdoppelt werden. Jesus ist der Erstgeborene, der sein Erstgeborenes Recht auf dich überträgt. Wenn du an ihn glaubst, weil er dafür gestorben ist, dafür geblutet hat, dafür alles gab, Jesus brauchte nicht die Linsen des Feindes, als er in der Wüste war. Warum? Weil er das Brot des Lebens ist. Ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen am Ende der Predigt. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir alle wie Esau. Wir sind so hungernde Söhne und Töchter hier. Und wie oft füllen wir unsere Schüsseln mit den falschen Mahlzeiten, oder? Jesus ist das Brot des Lebens, was dich füllen möchte, was dir ein Erbe geben möchte. Er sagt dir, hey, ich möchte dir dein Geburtsrecht wiedergeben. Vielleicht bist du heute hier und hast das Gefühl, du bist mit diesen heiligen Dingen so schlecht umgegangen. Dann möchte dir Jesus sagen, ich möchte es dir zurückgeben, dass du zu ihm kommen musst. Wenn du heute das bist, der zu Jesus kommen möchte, der seine Linsensuppe gegen sein Brot eintauschen möchte, der zurück zu ihm kommen möchte, möchte ich dich jetzt einfach bitten, in jedem Raum deine Augen zu schließen. Wenn du heute erkennst, dass du ein hungernder Sohn bist, eine hungernde Tochter bist, dass du vielleicht Esau bist. wo wir manchmal so gottlos sind. Wenn du heute sagst, ich möchte den Gott der Gnade annehmen, den Gott der zweiten Chance annehmen und mein Leben füllen lassen. Dann werde ich dich jetzt bitten, mit allen Augen geschlossen, werde ich dich gleich bitten, deine Hand zu heben. Die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden sind und mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, werden wir ewiges Leben haben. werden wir das neue Erbe haben. Und ich werde gleich bis drei zählen und ich, wenn du das jetzt heute entscheidest, dich bitten, deine Hand zu heben. Warum? Weil ich glaube, dass eine Entscheidung Aktion bedeutet. Mit allen Augen geschlossen. Eins, wenn du das heute bist, der Ja sagt zu Jesus oder zurückkommen möchte zu Jesus, weil du weit von mir weggekommen bist, dann möchte ich dir sagen, ist das heute dein Moment. Zwei, wenn du diese Entscheidung gerade am Treffen bist, bin ich mega stolz auf dich, aber viel wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du von diesem Zeitpunkt an im Buch des Lebens stehst. Wenn du das heute bist, wenn du jetzt eine Entscheidung für Jesus triffst, zurückkommst zu ihm, deine Linsen für Brot eintauscht, drei, dann heb jetzt deine Hand, so dass ich sie sehen kann, zu sagen, das bin ich heute, das bin ich heute, ich nehme das an. Ganz viele Hände hinten, Hände, die noch hochgehen, noch einige Hände ganz hinten, die hochgehen. Du darfst die Hand runternehmen, Church, du darfst die Augen öffnen, lass uns mit den 20 Menschen feiern, die gerade die beste, die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. Komm on, ich hab gesagt, wir feiern! Und ich möchte dir helfen, wir starten, wir fangen an, im Herzen zu glauben und dann mit dem Mund zu bekennen. Amen. Deswegen möchte ich ein Gebet mit dir sprechen jetzt. Ich möchte vorbeten, du betest einfach nach. Dieses Gebet ist nicht magisch, sondern es ist dein Bekennen, dass wir Jesus Christus in unser Leben lassen, dass wir ein Sünder sind und Jesus brauchen, dass wir unsere ollen Linsen wegwerfen, um das Brot des Lebens zu nehmen. Amen. Und was wir hier tun, in diesem Haus betet keiner alleine. Du weißt das, wenn du öfters hier bist. Deswegen, Church, lass uns mit all denen gemeinsam laut mitbeten, auch online. Wenn du gerade online deine Hand gehoben hast, dann feiern wir das, was du getan hast. Wir lieben dich, wir wollen dich kennenlernen. Und online, Church, wenn du gerade Ja zu Jesus gesagt hast, feiern wir dich auch mit einem Riesenapplaus. Wir feiern dich mit einem Riesenapplaus. Hey, und wir wollen auch mit dir zu Hause beten. Deswegen möchte ich hier einladen, dieses Gebet jetzt mit mir zu sprechen und hier im Saal. Ich möchte hier einladen, lass uns ausstrecken zu Gott. Diese Haltung des Gebets. Ich bete vor, himmlischer Vater, ich komme als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und der Retter dieser Welt. Ich glaube, dass er gestorben ist, um mir meine Sünden zu vergeben. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu schenken. Ich bekenne heute meine Sünden. Ich lege sie zu Jesus. Ich vertraue dir, Jesus, als mein Herr und Heiland. Ich folge dir nach, während du in mir lebst, jeden Tag meines Lebens. Denn von heute an, mir ist vergeben, ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang. Durch Jesus Christus. Amen. Come on. Amen.